Herzlich willkommen hier zu Artbeat Games und zu einem neuen Part Spec Ops The Line So, Adams ist noch da Aber der gute Lugo nicht mehr Der hat's nicht mehr geschafft Ich bin auch gar nicht mehr sicher, ob wir das mal schaffen werden hier Falls ihr das hören könnt, es läuft folgendermaßen Ich töte jetzt jeden einzelnen ihrer Männer Und dann töte ich sie Sergeant Lugo ist tot Dafür gibt es keine Gnade Es ist ihre eigene Schuld Alles okay? Wieso? Sehe ich etwa so aus? Das mit Lugo war nicht unsere Schuld Erzähl mir nicht, was ich schon lange weiß Lugos Blut klebt an deinen Händen, nicht an meinen Bang Conrad verdient es zu sterben, das weißt du Und was verdienen wir? Wir kennen doch beide die Antwort Und? Wie wollen wir vorgehen? Wir töten alles, was sich bewegt Klingt nach nem Plan Das ist echt der Plan jetzt hier, oder was? Das kann ja heiter werden Hat er eben gesagt, ganzen Einheiten zusammenrücken Na toll, jetzt dürfen wir die ganze Einheit doch vernichten Wenn ich es hinbekomme Bereit? Wieso nicht? Keiner lebt ewig Ich hab den Hurensohn Du wixer Ne was ist? Was machst du denn da Adams? Jetzt komm nochmal hier in Dekon Na, weg hier Puh, Alter, das war knapp Ich hab den Hurensohn Alter, danke, dass du mir vor die Flinte springst Guck doch mal diesen Idioten an Der macht echt gar nichts Ähm, nein, das wollte ich gar nicht Genau, und das hier So Die Sniper sind immer gefährlich hier Leg ihn um, verdammt Nein, leg ihn nur nicht um, der läuft echt nach vorne, dieser Idiot Ja, ich wollte immer noch Die Links, da kommt noch mehr aus dem Gebäude Gegner erledigt Werfe Granate Weg hier Haltet sie mir kurz vom Leib Verdammter Hund Nein, das wollte ich nicht Ich wollte die Munition So Wo sind Adams schon wieder? Schrotz mit dem Ansatz Aufpassen Noch einer Verdammt Tja, das hätte ich mal am Anfang machen sollen Müssen wir hier rein? Fick dich Naja, ich sag's ja Die machen jetzt wirklich nicht mehr mit Geistig gesehen sind sie keine Ahnung, Alter Bestimmt schon fertig Ganz ruhig Alter, renn doch nicht gleich hoch Ähm, ich muss mir aber Munition besorgen Also muss ich mir die Zeit auch nehmen Ist ja gut Haltet Delta von dem Torweg Gleit sie ab, los Was vor Los runter Willkommen in der Hölle, Walker Wir haben sie erwartet Walker, was machst du denn? Scheiße, was? Walker, wir müssen den Mörser zerstören Noch ein Schuss aus dem Mörser und wir sind hin Schalten mit der APG aus Ich beschäftige die Kerle Lade nach Mörser zerstört Wir müssen das Nest ausheben Und vorne ist das Selbstmord Gehen wir dort links in Deckung Alter, verdammt Puh, Mann, das war aber sehr knapp Alter, zieh doch mal richtig Na, kann er so weit werfen? Nup Lauf, 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 lauf Vorrücken, aber Vorsicht vor dem MG Oh, das wird hier heiter Alter, das überlebe ich doch hier nicht Der ist tot In Deckung Alter, der geht einfach nicht in Deckung Dieser Idiot Na toll, jetzt dürfen wir jetzt Wir dürfen wieder alles mal neu machen Na toll, du zielst aber gut Soll ich lieber mal hier Die Ska mitnehmen? Okay, mach ich mal Gut, ich versuche jetzt auch mal Meinen Arsch da rüber zu hieven Und zwar Jetzt Und in Deckung Alter, der da hinten macht mir zu viel Krach Jupp, toll, Treffer Feind ausgeschaltet Jawohl, sehr gut Und in Deckung Ja, scheiße Das war Mist Diese Muni Und in Deckung Jawohl Da kommt Ziel doch mal Verdammt Mann, Adams Du bist echt ne Sau Weißt du das? Uh, Mann Alter Ist das hier Heftig Alter Das war sowas von Ah, scheiße Gute Nacht Ist er hinüber? Ja, ist er Wo ist denn Adams eigentlich, du Sau? Wo steckst du, wenn man dich braucht? Ja, danke aber auch Ja, aber hier ist doch keiner Nein, nein Ähm Okay, hier Müssten wir eingeblich an das MG Aber Ich glaube, ich will lassen mal Hierbei Ich gehe mal hier weiter hin Na, was ist? Oh, da ist ein Sniper So, jetzt nicht mehr Geh doch mal in Deckung Verdammt Tja, was machen wir denn jetzt? Keine Muni? Oh, verdammt Scheiße Das wollte ich gar nicht Alter, ich brauche mal Muni hier Alter Alter, das hast du überlebt Komm schon Ja, Gott Verdammt Ich bin getrunken Unterwegs So, jetzt Ruhe im Karton Puh, das war sehr gut Gefällt dir das? Das waren alle Komm Alter Mann Das war hier aber echt ein schwere Stück Arbeit Soll ich die nehmen? Ja, mach ich mal Die brauchen wir jetzt nicht mehr Und das ist der Schwierigkeitsgrad normal Also ich will gar nicht wissen, was hier erstmal bei Hard los ist Gut, jetzt gehen wir mal auf Plünder, Raubzug Was ist denn das? Alter Wo sind denn eure Waffen denn, Leute? Ach du meine Güte Ja, das Spiel ist jetzt ehrlich gesagt nicht zimperlich Finde ich aber auch okay Also Und man sieht das jetzt auch Dass sie so langsam aber sicher mal ein Rad abkriegen hier Also auch nicht immer so ganz runden laufen Ja, kein Wunder Bei der ganzen Sache, die hier passiert Wie kann da ein Mensch noch normal sein Nach so viel Mist irgendwie So, war es das jetzt hier alles? Ich glaube mal ja Shit, noch ein schwerer Trupp ab Die Deckung vergabt Loco Hast du deinen Verstand verloren? Hat er mich sterben lassen? Shit, los schieß Checkst du den Weg? Es war alles in den Boden Nein Du bist ein scheiß Elk Ich wollte dich retten Ich hab versucht Alter, was ist denn das für ein Scheiß jetzt hier? Haltet sie mir kurz vom Leib Aber nicht lange Noch einer Alter Alter, was ist denn das für eine Wumme hier? Haltet sie alle Alter, wo ist dein Kopf für ein Junge? Alter, Captain, alles noch in Ordnung? Ich glaube jetzt gar nicht mehr Alter Alter, die sind ja alle kopflos Tja, ich jetzt auch Was? Was war das jetzt wieder für ein Scheiß? Ja, jetzt darf ich wieder mal alles neu machen Na gut Alter, ich hab keine Muni mehr So, jetzt gute Nacht, Jumboy Ja Wenn ich auch dann meine Aber nicht lange So, jetzt mach ich die hier noch schnell fertig Wenn ich es denn mal hinkriege Kill ist bestätigt, verdammt Kill sie alle Sie können die hier Schnellt sie mir Alter, verdammt Ja, Adams, du miese Ratte Na scheiße Den sehe ich schon So Na danke Adams Mal wieder für nichts Steh auf So Leute, ich glaube hier werde ich mal erstmal wieder einen Cut machen Ich bin ja hier nur am sterben Verdammt noch eins So Die Munition haben wir aufgehoben Und bevor es jetzt hier weiter geht Tja, kommt erstmal ein Cut Ich hoffe ihr seid im nächsten Part mit dabei Ich glaube auch so langsam Aber sicher geht das Spiel jetzt dem Ende zu Ja, ich hatte von vornherein schon gewusst Dass das Spiel eher so eine kurze Spieldauer hat Aber ob sie dann letzten Endes doch so kurz ist Hier liegen noch Geheiminfos rum Die haben wir auch noch bekommen So, und wie gesagt Jetzt kommt der Cut Also, bis auf in dem nächsten Part Macht es gut und bis dann Ciao